So, was geht los? Was haben wir denn hier? Verblubst, da haben wir schon mal einen Button. Ein roter mit Press. Maurice, mach mal, du kriegst mal wieder das Neue. Du musst so ein kleines Modul suchen mit drei Drahtplätzen nur. Von Zahlen und Buchstaben und hoch und runter. Da habe ich jetzt eins, ein schwarzes, was zu B geht und dann ein schwarzes, was zu C geht. Ich glaube, du musst dir hier aufschreiben, wie oft welche Farbe vorkommt, wenn ich mich recht erinnere. Wie viele Batterien? Also, wo geht das schwarze? Schwarz zu B und dann schwarz zu C. Wir haben eins, zwei, drei Batterien. Als Labels haben wir nur NSA und Seriennummer endet mit einer 5, was irgendwie interessant sein kann. Was, Maurice? Schwarz zu B und dann schwarz zu C. Ich verstehe noch nicht, wie ich da stehe. Das erste Kabel ist schwarz zu B. Da sagst du mir, schwarz ist das erste Mal. Wenn es zu B, wenn das steht, ich soll es cutten. Ah, okay. Du musst dir halt nur oft merken, wie oft geht es Kabel vorkommen. Ja, okay, das schwarze cutten. Ja, das zweite schwarze geht zu C. Das zweite schwarze geht zu C, auch cutten? Okay, ich merke dir bitte, wie oft schwarz und so vorkommen, weil ich sehe die jetzt nicht mehr. So, erste blaue geht zu C. Der blaue geht zu C, nicht cutten. Okay, erste rote geht zu B. Erste rote geht zu B, nicht cutten. Okay. Zweite rote geht zu B. Zweite rote geht zu B, cutten. Okay, das war jetzt das zweite blaue, ne, was jetzt kommt, geht zu B. Blaue geht zu B, äh, nicht cutten. Dritte blaue geht zu B. Karten. Okay. So, wir waren jetzt bei dritte rote, oder? Dritte rote zu C. Ähm, dritte rote zu C, nicht cutten. Und vierte rote zu A. Äh, Karten. Okay, haben wir geschafft. Blubster sagt der Knopf. Gedrückt halten. Maurice sucht schon mal Maze mit 5,1 und 3,5. Ist gelb, Blubster? Äh, beinah 5. Okay, haben wir. Gucken wir mal auf der Rückseite, was da war. Oh, so ein Passwort-Ding, Blubster, ist was für dich. Hast du, Maurice? Achso, ich muss dir noch sagen, wo ich bin und so, ne? Ich bin bei 6,2 und muss zu 6,5. Also drei unter mir ist das Ziel. Ähm, okay. Einmal nach unten. Ja. Nach links. Ja. Nach unten. Nach unten. Nach rechts. Okay, so, Passwort-Ding, Blubster. An zweiter Stelle hätte ich für dich ein I, wenn es das gibt. Das wäre das einzige Vokal, den ich hätte, zumindest. Ein I, äh, erste Posi, F. Nee. Dann, das würde es was anderes sein. An der dritten hätte ich ein E oder ein A. Äh, erste Posi, R. Äh, nee. Dann nehmen wir dritte Stelle, hätte ich ein E oder A. Vielleicht. Kann sein, dritte Stelle irgendwo ein E oder A. Oder S oder Z. E oder A, ja. Erste Stelle, äh, P. Erste Stelle, P, nee. Erste Stelle, L. Erste Stelle, L, nee. Erste Stelle habe ich ein G, ein C, ein T, ein W oder ein A. Äh, G. Oder ein V. T, ein G, ein C, ein T, ein W, ein A oder ein V. Wäre die erste Stelle. Die letzte, kann ja Maurice nicht aufschreiben oder so, wäre ein R, ein T, ein F, ein C, ein O, ein L. Wir haben noch 40 Sekunden. Irgendeine Idee? Irgendwer? Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Vierte Stelle, ein Y oder so, gibt's da was? Vierte Stelle, ein Y oder so? Nee. Nee? Nee. Hm. Keine Ahnung, ein A, ein vierten? Gott. D. Ja, dann haben wir ein Problem. Das würde das sein, ein B an der vierten? Great. Gibt es. Great. Ein G habe ich ein, ein R habe ich. Ein E. Fuck, sei es abgelaufen. Das hätte sein können. Scheiße. Ah. Na gut. Das ist voll anstrengend. Ja, das Passwort ist halt, ich weiß nicht, aber ich drehe noch nicht hundertprozentig aus. Ich hab' den Kopf verlassen. Das muss man halt einfach raten. Naja. Wir sind tot, es heißt da schlafen gehen. Good danach. Oh. 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 Und das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020